So, wir schauen uns die Wettbewerbsbeschränkungen an und wir sind jetzt hier in unserem Schema bei dem Punkt 5 und genau, wir schauen uns jetzt an, liegt eine bezweckte oder eine bewirkte Wettbewerbsbeschränkung vor. In Artikel 101 AEUV steht drin, Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Binnenmarktes bezwecken oder bewirken und ja, jetzt muss ich kurz ein paar Worte zu der Prüfungsweise nennen. Es ist nicht möglich zwischen einer Verhinderung, Einschränkung und Verfälschung zu unterscheiden, so zumindest die Auffassung derzeit an der LMU in München von Professor Ackermann und deswegen verwenden wir den Begriff Wettbewerbsbeschränkung. Und zweiter und sehr kontroverser Schritt ist der folgende, dass sich diese Wettbewerbsbeschränkung nicht isoliert feststellen lässt. Man muss die Wettbewerbsbeschränkung immer mit dem Zweck oder mit der Bewirkung zusammen prüfen. Man kann eine Wettbewerbsbeschränkung nicht isoliert prüfen und dann in einem zweiten Schritt prüfen, ob dann diese Wettbewerbsbeschränkung, die vorliegt, bezweckt oder bewirkt ist. Das ist, also soweit ich gesehen habe, in den Lehrbüchern wird immer erst eine Wettbewerbsbeschränkung geprüft, also beispielsweise in dem Lettl-Lehrbuch, also Lehrbuch von dem Professor Lettl. Der prüft zunächst eine Wettbewerbsbeschränkung und dann in einem zweiten Schritt prüft er, ob diese Wettbewerbsbeschränkung bezweckt oder bewirkt ist. Das macht Professor Ackermann jetzt anders oder macht das anders. Er sagt, man kann die Wettbewerbsbeschränkung nicht losgelöst von dem Zweck oder der Bewirkung prüfen und deswegen müssen wir Wettbewerbsbeschränkung bezweckt prüfen. Und erst wenn wir dann diese geprüft haben und verneint haben, prüfen wir dann in einem zweiten Schritt, ob eine bewirkte Wettbewerbsbeschränkung vorliegt. So also das Prüfungsschema derzeit an der LMU in München. Ja, ich lasse das jetzt mal so hier stehen und prüfe jetzt damit weiter. Also, erster Schritt, den ihr geht, liegt eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung vor. Und hier müsst ihr die Definition kennen, nämlich liegt eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung dann vor, wenn die Koordinierung ihrer Natur nach schädlich für den Wettbewerb ist. Und hier müsst ihr erstmal immer einen Prüfmaßstab bilden, nämlich müsst ihr schauen auf den Inhalt der Koordinierung. Hier könnt ihr auch die Fallgruppen des Artikel 101 AEUV heranziehen. Dann müsst ihr auf die objektiv verfolgten Ziele der Vereinbarung schauen, nicht auf die subjektiven Absichten der Parteien, weil die Parteien möchten ja natürlich immer das Beste und nein, man muss auf die objektiv verfolgten Ziele schauen. Und drittens muss man noch auf den wirtschaftlichen und rechtlichen Zusammenhang schauen. Also, ich mache mal ein Beispiel. A und B sprechen sich über den Preis ab. So, in diesem Fall haben wir eine Koordinierung und das ist auch eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung, weil der Wettbewerbsparameter des Preises, dort wird der Wettbewerb komplett ausgeschlossen. Es gibt keinen Wettbewerb mehr beim Preis und der Preis ist das Wichtigste. Hier könntet ihr auch die Fallgruppe des 101 Absatz 1 Buchstabe A, AEUV, als Argumentation heranziehen. Und genau, das wäre dann eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung. Genau, das habe ich gerade gesagt. Die Preisabstimmung, die Angebotsverknappung und die Marktaufteilung, das sind solche Hardcore-Kartelle. Die sind grundsätzlich, ja, bezweckte Wettbewerbsbeschränkung. Also, nochmal erklärt, ihr müsst auf diese drei Punkte beim Prüfmaßstab schauen, um zu beurteilen, ob diese Koordinierung, die in der Klausur vorliegt, ob das eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung ist. Und wenn das erst nicht der Fall ist, dann müsst ihr die bewirkte Wettbewerbsbeschränkung prüfen. So, und bei der bewirkten Wettbewerbsbeschränkung, hier müsst ihr auch die Definition kennen, nämlich müsst ihr bei einer bewirkten Wettbewerbsbeschränkung, dort müsst ihr die Wettbewerbssituation vergleichen mit derjenigen Wettbewerbssituation, die bestünde, wenn es diese Koordinierung nicht gegeben hätte. Also, hier muss man wirklich einfach alles im Sachverhalt auswerten, hat die Tathandlung zu einer Veränderung der Wettbewerbsbedingungen beigetragen, hier vollständige Auswertung sämtlicher Angaben im Sachverhalt. Wichtig ist mir hier bei der bewirkten Wettbewerbsbeschränkung, dass ihr natürlich die Definition hier nennt, aber dann müsst ihr in einem ersten Schritt immer den Markt abgrenzen, weil dann, ihr wollt ja die Marktsituation mit und ohne der Koordinierung vergleichen, dafür müsst ihr aber immer zunächst einmal den Markt abgrenzen. Okay. A und B stellen Smart Fridges her. Zusammen haben sie einen Marktanteil von 20%. Sie verabreden vertraglich, dass sie Käufern ihrer Smart Fridges eine Garantie von 42 Monaten gewähren. Zuvor betrug die Garantielänge regelmäßig 24 oder 30 Monate. Die anderen Smart Fridges Hersteller folgen dem Beispiel von A und B. So, erster Schritt, den wir hier machen, liegt eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung vor. Ihr nennt in der Klausur die Definition, eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung liegt dann vor, wenn die Koordinierung ihrer Natur nach, also typisiert schädlich für das gute Funktionieren des Wettbewerbs ist, so oder so ähnlich, sollte eure Definition lauten. Und dann zweiter Punkt, Prüfmaßstab. Hierfür sind insbesondere der Inhalt der Koordinierung, die objektiv verfolgten Ziele sind zu untersuchen und der wirtschaftliche und rechtliche Zusammenhang, dann müsst ihr anhand dieses Prüfmaßstabs dann argumentieren. Und hier fangen wir mal an. Für eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung spricht, dass es jetzt kein Wettbewerb mehr bezüglich der Garantielänge gibt. Also der Hersteller X von Smartriches, der kann jetzt nicht mehr sagen, wow, wir haben so viel Vertrauen in unsere Produkte, wir bieten 42 Monate Garantie. Das kann er jetzt nicht mehr sagen, weil jetzt haben ja alle diese 42 Monate Garantie. Aber vorher wäre das natürlich eine tolle Werbestrategie oder Verkaufsstrategie gewesen von dem Hersteller X, wenn der gesagt hätte, ja, alle anderen haben nur 24 Monate und wir, wir haben so ein Vertrauen in unsere Produkte, wir bieten euch 42 Monate. Dieser Wettbewerb, den gibt es jetzt hier nicht mehr. Und hier kann man natürlich dann auch wieder diese Regelbeispiele aus Artikel 101 A.I.U.V. heranziehen und hier könnte man die Nähe zu Artikel 101 Absatz 1 A.I.U.V. nennen, weil hier steht ja die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung sonstiger Geschäftsbedingungen. Da fallen ja, ja, da fallen die Garantiebedingungen wohl runter. Und deswegen könnte man ja jetzt sagen, ja, das spricht für eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung. Dagegen spricht aber, dass lediglich eine leichte Abänderung der Garantielängen vorliegt. Ja, okay. Ja, 12 Monate oder 18 Monate. Ja, okay. Außerdem wird der Preiswettbewerb und der Qualitätswettbewerb als verbliebene Wettbewerbsparameter, der wird gestärkt. Und ja, stand vielleicht im Sachverhalt so drin in diesem Tutoriumfall. Ich habe das natürlich hier etwas gekürzt. Ja, okay. Kann man so sehen, kann man so sehen. Deswegen ist man hier in der Musterlösung in diesem Fall zu einer Verneinung gekommen. Also, eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung liegt nicht vor, haben wir gesagt. Und dann muss man die bewirkte Wettbewerbsbeschränkung prüfen. Hier müsst ihr zunächst einmal, das ist wichtig, bewirkte Wettbewerbsbeschränkung, ihr nennt erst einmal die Definition, Vergleich der Wettbewerbssituation ohne, mit der derzeitigen Wettbewerbssituation mit der Koordinierung. Diese Definition müsst ihr nennen. Dafür müsst ihr aber zunächst einmal den Markt abgrenzen. Das ist ganz wichtig, weil ihr könnt ja nur die Situation vergleichen, wenn ihr erst einmal den Markt abgrenzt. Und dann müsst ihr in einem zweiten Schritt prüfen, ja, liegt dann jetzt hier eine bewirkte Wettbewerbsbeschränkung vor? Und da müsst ihr wirklich alles auswerten, was es gibt. So haben wir das dann ungefähr subsummiert und sind dann zu dem Ergebnis gekommen, hier liegt eine bewirkte Wettbewerbsbeschränkung vor. Okay. Später sind wir aber dann zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Freistellung nach Artikel 101 Absatz 3 AIUV vorliegt, weil eine angemessene Verbraucherbeteiligung gegeben ist. Okay. Hier seht ihr jetzt das Vorgehen in der Klausur, was ich vorschlagen würde. Also, ihr definiert, ihr prüft zunächst einmal die bezweckte Wettbewerbsbeschränkung. Dafür nennt ihr zunächst einmal die Definition. Dann nennt ihr den Prüfmaßstab, nämlich müssen wir eben auf diese drei Elemente schauen. Inhalt der Koordinierung, dann objektive Ziele und dann drittens wirtschaftlicher und rechtlicher Zusammenhang. Okay. Das ist der Prüfmaßstab. Dann schaut ihr, ja, was ist im Sachverhalt genannt und subsummiert das unter diesem Prüfmaßstab. Wenn ihr eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung bejaht, dann müsst ihr weiter zur Spürbarkeit und die Spürbarkeit, die schauen wir uns in einem späteren Video an, die ist bei einer bezweckten Wettbewerbsbeschränkung immer gegeben. Wenn ihr aber die bezweckte Wettbewerbsbeschränkung verneint habt, dann kommt ihr zu der Prüfung der bewirkten Wettbewerbsbeschränkung. Da müsst ihr natürlich auch erstmal die Definition nennen. Dann müsst ihr eine Marktabgrenzung vornehmen. Dann müsst ihr die Prüfung vornehmen. Also liegt denn hier jetzt eine bewirkte Wettbewerbsbeschränkung vor und dann in einem vierten Schritt müsst ihr dann die Spürbarkeit prüfen und hier müsst ihr dann deutlich mehr noch auch machen als hier. Also hier würde nicht nur ein Satz ausreichen. Perfekt. Das war es dann von dem heutigen Video. Ich verlinke hier mal das Video zu der Marktabgrenzung, weil die ist wirklich wichtig. Die müsst ihr bei jeder bewirkten Wettbewerbsbeschränkung machen. Daher müsst ihr auch wissen, wie man den Markt abgrenzt. Ansonsten könnt ihr natürlich ein Like da lassen. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.